Damit die Infanterie auch Ziele, die außer Handgranatenwurfweite lagen, ohne Granatwerfereinsatz erreichen konnte, gab es für die K98 und das Sturmgewehr das Gewehrgranatgerät, das auch als Schießbecher bezeichnet wurde. Die Entwicklung von Gewehrgranaten und dem damals bereits Schießbecher genannten Verschussgerät begann übrigens schon 1913 bei der Firma Rheinmetall. Der Schießbecher war ein gezogener Ansatzlauf von 30 mm Kaliber. Er war 250 mm lang, wog 0,75 kg und wurde an die Gewehrmündung angeklemmt. Mittels eines komplizierten Visieres konnten Spring- und Panzergranaten bis zu 300 m weit verschossen werden. Von dem Gerät wurden bis Mai 1944, als die Produktion eingestellt wurde, 1.450.114 Stück geliefert. Von der normalen 142 mm langen Gewehrspringgranate, die mit 0,3 kg Gewicht 31 g Springstoff enthielt und die auch als Handgranate verwendet werden konnte, wurden 38,8 Millionen Stück geliefert. Davon waren im März 1945 immer noch fast 10 Millionen vorhanden. Die Gewehrpanzergranate 30 hat sich wegen der zu geringen Durchschlagsfähigkeit nicht bewährt. Sie wurde durch die große Gewehrpanzergranate ersetzt. Dieses 0,39 kg schwere Geschoss von 185 mm Länge trug eine kornische Hohlladung mit 115 g Sprengstoff. Die Durchschlagsfähigkeit war nun auf 70 mm angestiegen. Von den Gewehrpanzergranaten wurden während des Zweiten Weltkrieges 23,8 Millionen Stück gefertigt, die bis auf 5,5 Millionen aufgebraucht wurden. Bei der SS-Waffenakademie wurde die Gewehrpanzergranate 46 entwickelt, die 90 mm Panzerung durchschlug. Die danach entworfene Gewehrpanzergranate 61 war eine weitere Verbesserung mit 125 mm Durchschlagsleistung. Hier noch einige technische Daten. Der Nummerncode war übrigens der Kopfdurchmesser. Der Dreilschaft war bei beiden Granaten mit 102 mm gleich lang. Die 0,39 kg schwere 46er trug in dem 93 mm langen Kopf eine 150 g wiegende kugelförmige Hohlladung. Das Gesamtgewicht betrug 0,4 kg. Bei der 61er stieg das Gewicht auf 520 g im 136 mm langen Kopf, war eine konische Hohlladung von 200 g untergebracht. Größere Stückzahlen sind von diesen Granaten nicht mehr gefertigt worden. Verschossen wurden diese Gewehrgranaten mittels einer Gewehrkartusche. Das Geschoss bestand aus Holz und die Treibladung wog zwischen einem und zwei Gramm. Im August 1943 wurde die Gewehrblendgranate eingeführt, eine Art Blendkörper. Zum Verschuss von Flugblättern gab es die 145 mm lange Gewehrpropagandagranate mit 230 g Gewicht. Ein 9 Sekunden Zeitzünder zerlegte das Geschoss nach etwa 450 Metern Flug. Von dieser Munition wurden 1,1 Millionen Schuss gefertigt. Einer Sonderfertigung der Firma Wasak war die Gewehrgranate zur Panzerbekämpfung, auch GGP genannt. Sie wurde nach Art der Stillgranate nicht in, sondern auf den Schießbecher geschoben. Das 520 g schwere Geschoss war 234 mm lang und trug im Kopf von 60 mm Durchmesser eine halbkugelförmige Hohlladung mit 175 g Gewicht. Damit konnten 40 mm starke Panzerplatten durchschlagen werden. Stabilisiert wurde diese Granate durch ein 6-Flächen-Leitwerk. Mit einer Haube, wobei sich die Länge auf 295 mm erhöhte, wurde der Abstand bei der Zündung größer. Die Durchschlagsleistung stieg auf 45 mm an. Eine spezielle Entwicklung waren die Gewehrgranaten mit Kampfstoff, die bei den Firmen Hasak und Bergmann entworfen wurden. Zuerst hatte man lediglich den Leerraum in den Hohlladungen mit einem Reizstoff gefüllt. Später gab es Neukonstruktionen, in die jeweils 40 bzw. 150 cm³ Kampfstoff eingefüllt werden konnten. Es wurde der von der Firma IG Farben entwickelte Typ Excelsior, ein starkes Blaukreuz, vorgesehen. Die Firma Hasak hatte von Waffenprüfamt 9 einen Auftrag zur Entwicklung einer spannlos zu fertigenden Gewehrflüssigkeitsgranate erhalten und stellte im Frühjahr 1942 die GG40KH, also Gewehrgranate 40 Kama-Hülse, vor. Diese 480 Gramm schwere und 220 mm lange Granate bestand aus Tiefziehblech und hatte ein Fassungsvermögen von 135 cm³. Sie konnte mit 220 Gramm Sprengstoff, einer Phosphor- oder einer Hohlladung und natürlich für ihre eigentliche Aufgabe mit Kampfstoff gefüllt werden. Entgegen der sonstigen Gewehrgranaten trug dieses Geschoss über dem 30 mm Schaft, der in den Schießbecher passte, einen Stabilisator von 50 mm Durchmesser. Das hohe Fassungsvermögen erreichte man durch einen im Durchmesser auf 42 mm vergrößerten Kopf. Durch Ansetzen eines Abreißknopfes an den Leuchtspursatz wurde es eine Handgranate. Bei Versuchen im Kummersdorf zeigte die Granate eine große Wirkung. In eine 26 cm starke Ziegelmauer wurde ein 30 x 50 cm großes Loch geschlagen. Laut Abnahmeprotokollen wurden 312.850 Stück bereitgestellt. Eine Füllung mit Kampfstoff ist jedoch nicht nachweisbar. Versuche mit Gewehrpanzergranaten, die zusätzlich einen Raketenantrieb besaßen, wurden nicht abgeschlossen. Der freie Raum der Hohlladung enthielt hier den Treibsatz des Raketenantriebes. Es wurden zwar Reichweiten bis zu 940 Meter erzielt. Wegen mangelnder Treffgenauigkeit wurde die Entwicklung aber dann eingestellt. Ein weiterer Versuch blieb eine Gewehrgranate, mit der Öltanks durch Sabotagegruppen in Brand gesetzt werden sollten. Die Granate durchschlug den Öltank und sank zu Boden. Nach einer Stunde sprengte ein chemischer Zünder den schweren Dreilschaft ab und ein Luftraum trug das Geschoss an die Oberfläche, wodurch eine Zündladung brennendes Thermit ausgestoßen wurde, das dann in kurzer Zeit zur Explosion des ganzen Tanks führen sollte. Eine andere Entwicklung aus diesem Gebiet war die Gewehrleuchtgranate, von der 1945 im März noch 95.000 vorhanden waren. Insgesamt wurden 133.000 produziert. Bei der Brandgranate, von der zwei Versionen vorlagen, verzögerten die Schwierigkeiten mit dem Zünder eine Serienproduktion. Von den Doppelschussgranaten für den Schießbecher sind auch nur Kleinserien gefertigt worden. Begonnen hatte diese Entwicklung bei der Firma Bergmann mit der kleinen Ausführung, die 520 Gramm wog und 120 Gramm Sprengstoffdruck. Bei einer Austrittsgeschwindigkeit von 160 Meter pro Sekunde wurde ein Durchschlag von 85 Millimeter erreicht. Die Bezeichnung Doppelschuss bezog sich auf die zusätzliche im Heulraum des Dreilschafts untergebrachte Treibladung, die durch die Gewehrkartusche gezündet wurde. Mit dem nächsten Muster, das bei 1,1 Kilogramm Gewicht lag und 560 Gramm Sprengstoff enthielt, konnte die Durchschlagsfähigkeit auf 140 Millimeter gesteigert werden. Auf 180 Millimeter brachte es die große Ausführung, die bei einem Gewicht von 1,6 Kilogramm einen Sprengstoffanteil von 730 Gramm trug. Trotz der mit 70 Meter pro Sekunden geringen V0, also Mündungsgeschwindigkeit, wurde eine Schussweite von 375 Meter erreicht. Die Streuung war aber mit 43 Metern in der Links und 35 Meter in der Seitenrichtung zu groß, um Panzerfahrzeuge sicher bekämpfen zu können. Eine Parallelentwicklung der Tomaneck-Gruppe besaß eine verbesserte Hohlladung, die mit 0,6 Kilogramm Sprengstoff sogar 270 Millimeter durchschlug. Berichte über extrem stark gepanzerte Fahrzeuge des Gegners von der Ostfront führten zuletzt zu einem panzerfaustähnlichen Kopf von 100 Millimeter Durchmesser, in dem 1,35 Kilogramm Sprengstoff untergebracht waren. Die Hohlladung, zu deren Verschuss eine zusätzliche 250 Gramm schwere Treibladung notwendig war, durchschlug 360 Millimeter Panzerstahl. Freunde, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Für ein nächstes Video über eine Schusswaffe bitte Daumen hoch. 1000 Likes brauche ich unter diesem Video mindestens für ein nächstes Video. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen nochmal. Tschüss.